was geht ab was geht da und herzlich willkommen in ein neues eternal evolution video wir gehen nochmal rein spider hell ich konnte jetzt hier 45 millionen machen ich habe das team leicht angepasst oma raus und look rein und den rest alles gleich immer rein in den fight also wer irgendwas genau quasi wissen will darüber ich habe das ja schon gemacht ein video zu dem ding da muss halt in dem anderen video noch ganz kurz rein ich mache jetzt hier nur ein kleines schnelles updated video zu dem neuen team euch das ein bisschen zu zeigen dass man blöd ich hätte mit mörd nach oben springen müssen this is what it is so Okay. Okay. Ich weiß nicht, ob die Timings gerade gut sind oder nicht. Ich hoffe, wir sind mal ein bisschen safe AMG auch dabei, ob das vernünftig klappt oder nicht. Okay. 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 Ich glaube, da war es gerade ein bisschen unlucky, wie ich das gesehen hatte. Okay. Das war auf jeden Fall super unlucky. Okay, dass da der eine so relativ lange stand, das war nicht gut. Okay. 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 Here we go. Das sieht glaub ich noch nicht so geil aus, ey, Mann. RNG macht mich fick und fettig, ey. RNG macht mich so geil aus. Das ist nicht ganz mein Rekord geworden, aber ist okay. Ihr seht, es ist halt ein bisschen AMG dabei, aber ja, was soll's, Leute. Ist nur ein kurzes Update-Video, lasst gerne einen Daumen nach oben, da haut ein Abo raus und jetzt wisst ihr, dass Luke eigentlich ein bisschen besser ist. In dem Sinne, peace. Euer Wilson 1. Peace. Peace.